Herr Schreiter, Sie haben gerade eben gemeint, Sie sind nicht gut drauf. Wahrscheinlich wegen der verletzten Situation, oder? Nur wegen der verletzten Situation. Ich habe gesagt, ich betreue schon relativ lang Sportvereine, auch Fußballvereine, aber das, was wir dieses Jahr hier erleben, ist so der Höhepunkt meiner Laufbahn, muss ich sagen, dass wir sehr viele Muskelverletzungen haben, auch schwere Verletzungen, Kreuzbandriss, Innenbandriss, die brauchen Zeit. Zeit hat der Verein oder die Mannschaft im Moment relativ wenig mit der prekären Papellen-Situation, sodass dann immer letztendlich dieser Kompromiss geschlossen werden muss, wie schnell bringen wir die Leute wieder auf Platz ins Training, wie lange müssen wir es eigentlich draußen lassen. Die Tragödie oder das Drama, wie man es nennt, hat sich heute vorgesetzt. Können Sie sagen, was heute in dieser Geschichte passiert ist? Der Marius Schäfer hat sich beim Warmmachen, bei einem ganz normalen Pass, Passschlagen ohne Feinkontakt, wie ich das immer nenne, einfach einen wahrscheinlichen Muskelfaserriss zugezogen im Adduktorenbereich, wird am Montag dann in die Praxis kommen. Das klären wir dann per Ultraschall- und Tastbefund. Und jeder Mediziner weiß, dass letztendlich eine Muskelfaser-Verletzung zwei bis vier Wochen Ausfallszeit für den Wettkampfsport bedeutet. Natürlich in der Situation dramatisch im Moment, weil wir einfach auch relativ viel Langzeitverletzte haben, die jetzt peu à peu zwar wieder kommen werden, aber meines Erachtens sind es jetzt noch sieben Pflicht- oder acht Pflichtspiele. Das wird eine spannende Sache von medizinischer Seite. Die Verletzten-Serie, ist sie nur dem Pech geschuldet? Mit Sicherheit ist Pech mit dabei. Mit Sicherheit sind da auch, ja, letztendlich Belastungen. Wir haben Verletzungen auch bei verschiedenen Altersgruppen. Wir müssen es am Ende, haben wir schon auch gesagt, einfach gemeinsam mal uns hinsetzen, gucken, wo können wir da den Hebel drehen. Wir haben ja letztes Jahr eigentlich mit der gleichen Mannschaft, mit der gleichen Betreuung in der Regionalliga kaum eine Verletzung gehabt. Ich führe relativ akribisch ein Verletztenregister bei mir in der Praxis. Und was eben auffallend ist, dass wir relativ viel jetzt so Weichteilmuskuläre Verletzungen haben. Da müssen wir uns hinsetzen, Athletiktrainer, Trainer mit den Spielern auch. Wir müssen gucken, wo wir die Hebel ansetzen können. Stichwort Trainingsänderung, Ernährung. Es sind viele Sachen, die man besprechen muss dann. Was hat man in der derzeitigen Situation für Optionen und ja, was gibt vielleicht Hoffnung? Also es gibt ja immer die Aussage des Laien, wir können den fit machen. Es gibt gewisse Spiegelregeln in der Medizin, wo man sich einfach dran halten muss. Man weiß, wie muskuläre Verletzungen diagnostiziert und auch therapiert werden. Und man hat schon Möglichkeiten durch eine Intensität zu verbessern. Das machen wir in der Praxis auch. Thema Ole Schröder. Da waren wir uns aber beide einig zum Beispiel diese Woche, dass wir 50-50 Chance haben. Es sind leider die 50 Prozent eingetreten, dass es nicht ganz komplett klappt. Man hat Optionen, aber man kann nicht zaubern, muss man ganz klar sagen. Ein Muskel braucht zur Heilung Zeit. So braucht ein Innenband und ein Kreuzband Zeit. Und diese Regeln gibt es nicht nur im Spielberg, die gibt es in der ganzen Welt und die müssen wir einhalten. Und man muss auch immer überlegen, dass man die Spieler nicht verheizt. Da sehe ich das Risiko, dass man einfach dann sagt, zu schnell auf dem Platz. Und dann haben wir einfach Folgeschäden, die dann keiner verantworten möchte. Jetzt fiebern Sie ja sicherlich mit der Mannschaft auch mit. Ja, wie sieht es da aus? Also wie sehen Sie die Situation der Mannschaft sportlich? Ja, wie betrachten Sie die Situation sportlich? Also ich bin letztendlich nur dieses kleine Rädchen, das ich versuchen kann im medizinischen Bereich, durch meine Praxis auch und durch letztendlich das Vorhandensein, Dasein, dass ich meinen Teil dazugeben kann. Ich kenne mich jetzt auch schon relativ lang im Fußball aus. Ich glaube, dass da viel Glück mit dazukommen muss. Im Fußball ist das immer so. Medizinisch versuchen wir alles zu machen, dass die Spieler auf den Platz kommen. Aber da jetzt eine Prognose abzugeben, ich drücke ganz fest die Daumen. Was mich etwas stört ist natürlich, dass in der Oberliga auch nie genau gewusst wird, wer steigt ab, wie viele steigen ab. Und ich hoffe, dass wir das so hinbekommen, dass einfach die Leistungsträger, die dann auch entsprechend, Stichwort Phil Weimar, Max Knond, dass wir die zum Schluss, wenn es dann richtig heiß wird, auch im Geschäft wieder mit haben. Da würde ich mich freuen, wenn das klappt, dass die dann einfach noch mal aktiv auch mit eingreifen können. Herr Schreiter, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und ja, auf jeden Fall viel Erfolg beim Versuch, die Spieler wieder fit zu bekommen. Dankeschön, danke mich. Ich drücke auch die Daumen. Danke. Danke.